So, Sequenz 4, eine Kiste macht die Biegel. Evie hat eine Spur zum Standort des Edensplitter, das ist der Templer. Das ist die nächste Mission. Die werden wir uns jetzt mal reinziehen. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich hab den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Kranke heilen, Kugeln abwehren, die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templer-Händen. Du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorner wartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Daricks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Das bezweifle ich sehr, sehr stark. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als Ihr Leben und das Ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppel die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Staric, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer Sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Ich schätze mal, es war eigentlich eine ganz normale Frage, aber... Was soll's? Na, da wär noch ein Glitch gewesen. Egal. So. Mal gucken, was sagt unser Adlerauge. Ah, da sind also zwei Schützen. Eigentlich... Mich hat keiner gesehen. Ich bin mir jetzt nämlich nicht ganz sicher, ob Jacob die... wie welche Schützen Jacob ausschaltet. Deswegen gehe ich lieber mal auf Nummer sicher und lege hier mal kurz mit ein paar Leute um. Damit ich da unten nicht gleich richtige Probleme bekomme. Oh, jetzt hat mich einer gesehen. Da kommst du hoch. Oh, der kommt gar nicht hoch. Oh, es sind immer noch ziemlich viele Gegner. Den Fetten würde ich eigentlich noch ganz gerne Attentaten und dann... Könnte ich eigentlich loslegen. Oder wir nehmen sie... Oh, 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 oh. Verdammt. Da ist immer noch die Thuse. Ach, das ist jetzt blöd. Ich würde jetzt eigentlich nur noch ein Luftattentat. So. Klatsch. Ne 23er-Kombo. Oh, hier sind doch noch mal. Ja. Ja, was? Oh, oh, oh. 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 Ha, das meinte ich mit einfach mal schnell verschwinden. Oh, da waren jetzt doch mehr Leute, als ich erwartet hatte. Ich hätte doch noch ein paar mehr abschießen sollen. Wir sind jetzt alle aufs Dach gerannt. Das wäre halt ewig witzig. Du darfst nicht hier sein. Komm zurück. Lauf so weit du willst. Aber mir entkommst du nicht. Aua. Du kommst hier nicht gerade, du kommst hier gerade nicht hoch, ne? Das ist ganz witzig eigentlich. Aber es sind immer noch nicht genügend Leute tot, damit ich hier wirklich loslegen könnte. Was, wo, was, wo ist Jacob eigentlich? Wollte der nicht irgendwelche Leute umbringen? So langsam habe ich hier nämlich wirklich echt viele umgelegt und er keinen einzigen. So, waren das dann jetzt mal alle? Ne, da drüben kommt, da drüben steht natürlich noch einer. Alter, ihr nervt. So, jetzt aber. Ich hätte vorher vielleicht noch ein paar Leute plündern sollen. So habe ich nämlich jetzt gar keine Munition mehr. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist der! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Oh. Na los! Oh, oh. Das hört sich gar nicht gut an. Wir müssen die Kiste an einen sicheren Ort bringen. Oh, cool. Was glaubst du, was ich hier gerade versuche? Wenn ich raten müsste, vielleicht uns beide töten. Was? Der war ja wohl sowas von tot. Wenn ihr trefft meine Schwester nicht? Oh, oh. Aua. Oh, die ist in der Zweikisten. Boah, Zweikutschen. Nein! Hilfe! Hilfe! Alter, was? Wie viele sind denn das? Boah, ich müsste die ganze Zeit ausweichen und schießen. Was ist denn das? Und nachladen. Dann kommt doch her! Jetzt kommt erst das vorsichtige Erfahren. Du gefährdest die Dokumente. Oh, die armen Dokumente. Ich die Lieber, wenn ich anhalten würde. Nach dem Platz. Ich bin jetzt. Ja, gut. Ich habe unendlich Munition. Das ist als wenigstens etwas. Was? Mach ihn platt. Mach ihn richtig platt. Und weich aus. Und mach ihn platz. Und mach ihn aus. Und mach ihn aus. Was ist denn mit der Kiste? Vergiss sie. Bring! Sofort! Ich werde sie erschießen. Was? Hä? Wo hätte ich hin sollen? Was ist denn bitte jetzt gerade passiert? Ich sollte abspringen. Aber wohin denn bitte? Ich habe gedacht, abspringen und wegrennen. Boah, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Wir müssen die Kiste an einem sicheren Ort bringen. Was glaubst du, was ich hier gerade will? Jetzt geht es wieder von vorne raus. Wenn ihr gerade müsstet, vielleicht uns beide töten? Ja, zieh doch mal auf den. Danke. Wir sind ja auf den Persen. Scheiß bist du. Wir treffen meine Schwester nicht. Hör auf! Okay, irgendwie ist das hier. Alter. Der ist ein bisschen verwirrt hier. Also ich hier, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, back das System schon ein bisschen. Weil er weiß nicht, ob ich aus, ob ich den Kugeln ausreiche oder ob ich auf Gegner schieße. Kipp ihn. Kipp ihn. Richtig. Lade doch noch, lade nach, lade nach, lade schneller noch. Ui, ui. Mach ihn Platz. Lade nach, lade nach, lade nach. Hör auf! Lade nach, lade nach. Ja, noch mal noch. Verdammt. Du willst ja etwas vorsichtiger fahren, du gefährdest die Dokumente. Oh, die armen Dokumente. Ist dir lieber, wenn ich alle halten würde? Wir werden abzuholen. Alter Schwede. Was ist mit der Kiste? So, wo muss ich jetzt hin? Adel, spring doch jetzt! Und den ganzen Spaß von vorne. Da kann sie nicht springen, weil die Kutsche wackelt. Natürlich wackelt die Kutsche. Boah. Also ich weiß nicht. Da nur 10 Sekunden zu geben, ohne dass man sich überhaupt orientieren kann, ist echt schon ein bisschen sehr wenig, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das irgendwie schaffe. Ich bin ja jetzt drauf vorbereitet, aber es hat trotzdem wieder nicht geklappt. Und wo ist dein Edi-Splitter? Bring uns hier raus, dann erfahren wir es vielleicht. Bring uns hier, Herr Schwesternicht. Hör auf! Oh, das ist ja noch gar nicht so hektisch. Meine Schwester verpasst euch eine Tramp. Rüßt! Soll ich jetzt was vorsichtiger fahren? Du gefährdest die Dokumente. Oh, die armen Dokumente. Wirst du lieber, wenn ich anhalten würde? Oh, das ist ja noch auf der Kutsche in der Nähe, ne? Oh, da ist ja einer neben dran. Oh, verdammt. Nicht so schnell! Mache mehr Patronen! Nimm meine! Jaycock, Vorsicht! Was hast du? Es sind Papiere, Jaycock. Dokumente, vorst du uns! Nicht so schnell! Jetzt geht's wieder rund. Nicht so schnell! Hör auf, versuch uns, um Wagen zu werfen. Meine Schwester kann am Kugeln ausweichen. Was? Du weißt doch die ganze Zeit kugeln aus. Das fühle ich so. Vielleicht kann man den ja doch insgesamt ankommen. Ich glaube zwar irgendwie nicht, aber... Ich brauche Munition. Ich brauche mehr Munition, wenn ich raten. Wir werden abspringen müssen. Was ist mit der Kiste? Jetzt springen. Vergiss sie! Springen! Sofort! Das ist ja auch der Herd. Das eigentlich hätten wir jetzt entkommen können. Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt! Demein hast du ein Buch gerettet. Immerhin das. Okay, vielleicht hätte ich... Vielleicht wäre es besser gelaufen, wenn ich am Anfang schon besser getroffen hätte. So wie jetzt. Dann nehme ich meine Kritik von vorher zurück. So, auf jeden Fall haben wir eine Kiste macht die Biege abgeschlossen. Gibt, naja, einigermaßen viel XP und Belohnung. Und den Jägermantel. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen bald...